Musik Theater TV auf ITV Coburg, ein Service der Südakor GmbH Tanzende Schweine, Affen, Löwen und Rhinozarosse, das Landeshärter Coburg lädt zum Dschungeltanz in die Reithalle ein. Musik Nur eine traut sich nicht. Die Giraffe hat es mit ihren langen Beinen und ihrem langen Hals schwer, eine gute Figur beim Tanzen zu machen. Musik Die anderen Tiere lachen sie aus. Die Giraffe zieht sich traurig zurück. Musik Doch die Heuschrecke gibt ihr Mut. Vielleicht brauche sie einfach andere Musik? Musik Gesagt, getan. Als die Heuschrecke ihre Violine auspackt, kann sich die Giraffe nicht mehr zurückhalten. Musik Die anderen Tiere sind beeindruckt. Giraffen können doch tanzen. Musik Es ist eine wundervolle Message, die das Landeshärter Coburg vermitteln möchte. Die Geschichte spricht über das, was jemand tun kann. Wenn du wirklich etwas willst oder etwas findest, möchtest du nicht auf etwas. Also diese Idee von man muss an sich glauben. Also diese Probleme haben nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Manchmal denkt man, ja ich kann das nicht schaffen. Alle sagen, ich kann das nicht schaffen, deswegen versuche ich auch das gar nicht. Aber einfach, man muss arbeiten und das versuchen und dann am Ende klappt es. Und das müssen auch Erwachsene lernen. Musik Von Klassik über Tango bis zum Rock'n'Roll, die Tiere tanzen zu sämtlichen Stilrichtungen. Musik Giraffen können nicht tanzen, ist ein buntes und fetziges Ballett für Jung und Alt. Und das mit einer tollen Botschaft. Musik 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 Musik